Hallöchen! Heute gibt es meine neuen Bücher aus dem Monat April. Ich glaube, ein Teil ist bei mir eigentlich auch im Mai eingezogen. Wir gucken mal. Ich zeige euch einfach, was so bei mir Schönes eingetodelt ist. Das sind irgendwie nicht nur klassische Bücher. Dieses Mal ist auch ein bisschen was anderes mit dabei. Wir starten mal mit dem ungewöhnlichsten Stapel, vermutlich jedenfalls. Und zwar ist es ein Stapel aus drei Büchern. Und zwar fürs Klavierspielen. Vielleicht jemand, der sie so ein bisschen mit Musik selber machen, vor allem Klavierspielen auskennt. Diabelli ist bei mir eingezogen. Das sind verschiedene Klavierstücke. Melodische Übungsstücke, wie es hier so schön heißt. Klavier zu vier Händen. Also das wird quasi... Einer spielt die Seite, der andere die Seite. Und das gleichzeitig. Und an einem Klavier. Okay. Das ist jetzt gerade zur aktuellen Zeit ein bisschen schwierig. Das heißt, meine allerliebste Klavierlehrerin, die liebe Tina. Ich bin so froh, sie zu haben und dass ich sie gefunden habe und dass sie so toll ist, wie sie ist. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß, mit ihr Klavier zu spielen, Klavier zu üben. Und ja, wir haben das dann so gestaltet, dass wir entweder per WhatsApp-Video-Chat Klavierunterricht hatten oder... Also ich bei ihr. Oder sie hat auf dem Klavier im Nebenraum gespielt und ich habe an dem Flügel in dem Hauptraum gespielt. Weil an einem Flügel Unterricht zu haben, ist viel schöner. Ja, auf jeden Fall bereitet es mir wahnsinnig viel Freude. Und ich kann auch jetzt schon sagen, ich mag die Stücke hier draus irgendwie. Das ist jetzt nichts Hochkomplexes, völlig Verschnörseltes, sonst wie. Sondern es ist einfach schöne Melodien, um es mal platt zu sagen. Ja, hoffentlich auch schöne Melodien finde ich hier drin. Und zwar heißt es Ganze Piano Playbook Musical Show Stoppers. Ja, aus den verschiedenen Musicals sind hier Piano, also Klavierstücke drin. Und da habe ich mir auch ein paar schon angemarkert. Zum Beispiel Part of Your World von der kleinen Meerjungfrau. Was ist denn da noch so dran? Ja, von Miss Saigon, von A Whole New World, von Aladin, also aus Aladin, Eine neue Welt, heißt, glaube ich, der deutsche Titel. A Whole New World. Ich bin sehr gespannt, wann und wie ich das kann. Ich finde generell, dass Musicalstücke total schön sind. Und ich höre sehr gerne Musicalmusik, gehe auch gerne mal in ein Musical und singe und tanze mit. Also, ja, ist das hier eingezogen? Ich habe es jetzt noch nicht wirklich geübt. Also gar nicht. Also, mal gucken. Gibt es einen Piano Soup? Nein, oder? Can't take my eyes off you. Yeah. Genau. Ich freue mich riesig darauf, die Stücke zu spielen. Und als drittes, das ist riesengroß. Also dieses Format. Keine Ahnung, ob ihr abschätzen könnt, wie groß es ist. Also, es ist riesengroß. Okay, krass. Also, wirklich riesengroß. Leider ist es so festgebunden und kein Ringbuch wie das andere. Finde ich sehr schade, weil dann muss man das immer so auseinanderreißen, um es spielen zu können. Da sind ganz viele, ja, aktuelle Hits drin, sage ich jetzt mal. Stay With Me von Sam Smith. Was haben wir dann noch so? Waves. Das habe ich mir jetzt schon angemagert. If a Song Could Get Me You von Marat Larsen. Was will ich dann noch spielen? Say Something. No. Das hier war Counting Stars von One Republic. Natürlich auch was von der fabelhaften Amelie, also die fabelhafte Welt der Amelie. Die Musik, die liebe ich über alles. Am I wrong? New Soul ist hier auch drin von Jail Naim oder so ähnlich. Also, ganz viel aktuelles Hall of Fame auf uns von Andreas Borani. Ja, also ganz tolle Stücke. Ich hoffe, die klingen auch alle so gut. It's a Beautiful Day ist auch drin. Oh, sehr schön. Also, ja, ich freue mich sehr darauf, die ganzen Stücke zu entdecken. Ich bin gerade aber noch ziemlich beschäftigt mit dem, was ich mit Tina alles mache. Und das ist definitiv nicht nach Notenspielen, aber es ist auch schön. Und, genau, wenn mir das zu langweich werden sollte, dann gucke ich da mal rein und entdecke die ganzen schönen Lieder hier drin. Kommen wir zur zweiten Kategorie, die auch wieder nicht richtig Bücher, also schon Bücher sind. Aber es geht da in den medizinischen Bereich, denn ich habe mir zwei Bücher gekauft. Und zwar heißen die Die neue Medizin von Lars-Peter Kronlob. Beides, einmal heißt es Grundlagen zum Verständnis von Krebs und anderen biologischen Programmen. Und das andere ist Gedanken zum Thema Krebs und anderen biologischen Programmen mit zahlreichen Beispielen. Ich bin sehr gespannt. Die sind beide nicht so wirklich dick. Also könnte man recht schnell durchlesen, irgendwie um die 100 Seiten jeweils. Und ja, ich finde es sehr spannend, mich damit auseinanderzusetzen und zu befassen. Denn ich komme immer mehr auf die Ideen oder auf die Idee, dass man viele Dinge auch anders sehen kann. Um es mal so auszudrücken. Wir müssen nicht immer alles nach der westlichen Schulmedizin betrachten und behandeln. Und ich habe mit vielen Behandlungsmethoden, die definitiv nicht zu den klassischen gehören. Und definitiv auch nicht dazu gehören, die irgendwie schon per Studie gut belegt sind. Ich behandle so nicht unbedingt. Zumindest nicht immer. Und ich möchte wissen, was es da noch so gibt zwischen Himmel und Erde und was da helfen kann. Genau. Vor allem bei schwerwiegenden Erkrankungen, da ist es ja oft die Problematik, dass man sich sehr hilflos fühlt und den Eindruck hat, okay, es gibt gar nicht so viel, was man tun kann. Aber da möchte ich was an meinem Wissensstand ändern. Hier steht eben drin, die neue Medizin ist ein auf natürlichen Gesetzen basierendes, ganzheitliches Verständnis der im Körper ablaufenden biologischen Programme, die bislang als Krankheit bezeichnet wurden. Mit der neuen Medizin ist es nun möglich zu verstehen, warum wir krank werden, was dabei in unserem Körper passiert und vor allem, dass wir keine Angst vor diesen Prozessen haben müssen, ob sie nur als Krebs oder mit anderen Namen bezeichnet werden. Wie gesagt, ich finde das sehr spannend und möchte da mehr erfahren. In eine ähnliche Richtung geht es auch mit diesem Buch. Das ist ordentlich dick und schwer, steckt auch viel Wissen drin und ich bin jetzt schon so unfassbar gespannt, was ich da nicht alles noch daraus lernen kann. Die seelischen Ursachen der Krankheiten heißt es von Björn Eibel auf Basis der fünf biologischen Naturgesetze, entdeckt von Dr. Med. Mag. Theol. Rieke. Gerd. Hamer. Lexikon der Krankheiten für Therapeuten und Patienten mit über 500 Fallbeispielen. Und das ist halt wirklich, also Fachbuch und schwer. Und dann ist es halt so aufgebaut, dass hier immer, keine Ahnung, ob man überhaupt irgendwas davon erkennen kann, dass man immer, wo sind wir denn? Was nehmen wir denn? Wir nehmen doch mal einen, gut, dann geht es zum Beispiel um den Kehlkopf. Der ist dann hier oben auch nochmal kurz erklärt und abgebildet, was da so quasi wichtig ist, zum Beispiel die zwei Aufgaben des Kehlkopfes. So, und dann stehen drunter so Sachen wie Kehlkopfschleimhaut und dann kommen dazu verschiedene Dinge, die da passieren können und zum Beispiel kann es eine Kehlkopfentzündung sein, eine Laryngitis oder ein Kehlkopfkarzinom, also Kehlkopfkrebs. So, und dann steht darunter aufgeführt ein Konflikt und darunter dann Beispiele dazu nochmal. Und dann noch den biologischen Sinn, aber auch wie die Heilung ist oder sein kann und auch was in der Heilungskrise passiert, also was quasi passiert, wenn man sich auf den Weg der Heilung beginnt, aber es kann eben nochmal so eine Krise kommen und dass man sich davon nicht abhalten lässt oder dann gleich alles in Frage stellt. Fragen, die man sich stellen kann eben, wann begann zum Beispiel die Kehlkopfentzündung und so weiter und dann eben auch die Therapie dazu. Und ich glaube, ich kann da sehr, sehr viel lernen. Mag sein, das kann man jetzt kritisch betrachten. Man kann jetzt sagen, ob jetzt wirklich alles immer aus der Seele kommt. Weiß keiner. Aber ich glaube, man kann es zumindest mal sehr gut mit diesem Buch hier mit berücksichtigen und das finde ich sehr schön, weil sowas an der Hand zu haben, ist sehr wichtig, um mal nachschauen zu können und wirklich zu sagen, okay, da hat sich jemand schon mal ernsthaft damit auseinandergesetzt, nachgeforscht und verschiedene Erkrankungen eben so systematisch aufgelistet. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob mir das weiterhelfen kann. Ich werde auch gleich nochmal was nachschauen, denn heute hatte ich erst eine Patientin, bei der ich mir dachte, ja, das möchte ich nachgucken, womit das zusammenhängt oder hängen kann. Und vielleicht finde ich da noch was Spannendes, Neues heraus, was ich noch nicht wusste und kann ihr damit vielleicht weiterhelfen. Denn das ist das, was ich am Ende des Tages möchte. Ich möchte gar nicht Unmengen an Wissen anhäufen und die Klugscheißerin überhaupt sein, sondern ich möchte eigentlich meinen Patienten helfen. Und wenn es darüber funktioniert, sehr, sehr schön. Vielleicht finde ich auch noch Punkte, die bei mir irgendwie spannend sind. Jeder hat ja doch so ein paar kleine Zipperlein. Vielleicht, genau, ist das das durchaus erschlagende Werk über die seelischen Ursachen der Krankheiten. So, jetzt kommen wir zu den richtigen Büchern. Und zwar an erster Stelle eins, das ich hoffentlich sehr, sehr bald zusammen mit der lieben Anja lesen werde. Und zwar von Lucy Fricke. Ich habe Freunde mitgebracht. Mitgebracht, ja. Ich habe mit der lieben Anja von Bookfriends Forever das Buch Töchter gelesen von Lucy Fricke. Und wir waren absolut begeistert von ihr. Und wir haben direkt mal geguckt, beziehungsweise sie hat geguckt und hat gesehen, dieses Buch existiert eben von Lucy Fricke. Und dann haben wir schon gesagt, wir wollen es zusammen lesen. Vielleicht nicht direkt. Immerhin haben wir letztes Jahr im Juli oder August oder so das andere Buch gelesen. Ja, es ist noch nicht ganz ein Jahr später, aber wir werden das irgendwann noch hinkriegen. Und dann lesen wir dieses schöne Buch. Worum geht's? In einer Krise gibt es nichts Besseres als Freunde, denen es richtig mies geht. Ein Leichendarsteller träumt vom großen Durchbruch. Ein Comiczeichner vom ersten eigenen Band, eine Radiomoderatorin vom Nachwuchs und ein Scriptgirl will nur noch seine Ruhe. Doch zum Glück ist Flucht immer eine Option. Keinesfalls absichtlich finden sich die vier Freunde im selben Kleinwagen wieder und eine kurze Strecke wird zur großen Fahrt. Ein wunderschöner Roman über das Leben, das viel nimmt, aber auch viel schenkt. Ein anrührendes Generationenporträt, sagt die Zeit. Und das ist schönste gewichtlose Gedankenarbeit, sagt die FAZ oder schreibt sie. Ja, das Ganze hat keine 200 Seiten. Das heißt, wir werden das dann doch wohl auch irgendwie hinkriegen zeitlich. Und ich bin schon sehr gespannt, weil Wege zum Rum. Damit beginnt es super. Weil uns im letzten Buch kein Protagonist sympathisch war und trotzdem wollten wir wissen, wie es weitergeht. Und sie sind uns irgendwie dann doch nahe gekommen. Und Lucy Fricke hat eine ganz eigene Art zu erzählen, hatten wir den Eindruck. Und auch relativ bildhaft und mitnehmend, mitreißend. Wir sind gespannt und freuen uns auf dieses kleine Buch, um nochmal in die Sprache von Lucy Fricke abzutauchen. So, und dann sind hier noch diese vier Bücher eingezogen, wobei eingezogen der falsche Begriff ist. Denn drei davon sind quasi geliehen und eins ist ein Buch, das mir zwar gehört, aber ich hatte es schon mal aussortiert. Gleich mehr dazu. Dieses Buch gehört mir und ich habe es aber schon mal aussortiert. Von Ulrich Rühle, ganz verrückt nach Musik. Ein DTV Junior Buch. Spannend eigentlich. Und zwar geht es um Händel, Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Weber, Schubert, Chopin, Wagner, Strauss, Prokofiev, Orff, Gershwin und Bernstein. Und es geht eben um die Kindheit, um die Jugend, um die Begeisterung der Komponisten und man lernt etwas über die Musiker hinter ihren Stücken. Ich weiß nicht so ganz genau. Vielleicht nehme ich mir wirklich mal zur Hand und lese es auch wirklich komplett durch. Ich weiß es noch nicht. Für ein Kinderjugendbuch ist es aber recht dick mit fast 500 Seiten. Ich habe mal reingelesen, das weiß ich noch, aber ich habe es nie komplett gelesen. Obwohl ich Musik schon immer gut fand und toll hat mich so dieses Nachforschen, über diejenigen nicht so interessiert. Aber jetzt mit meinem, ja, neu gewonnenen, neu gewonnenen Elan für das Klavierspielen, dachte ich, vielleicht gucke ich da nochmal rein. Vielleicht wird es auch wieder aussortiert. Keine Ahnung. Eventuell seht ihr es auch nie wieder, dann ist das eben so. Ich habe aber gesehen, hier ist ein Zettel drin, quasi die Karte zu dem Buch. Ich finde das sehr schön, das Zitat, das da drin steht. Und zwar steht da, Musik kann nur segnen. Essen kann dich vergiften, Sonnenschein dich verbrennen, Worte können dich verdammen, Bilder können dich beleidigen, Musik aber kann nur segnen. Also das sind nicht nur Bekannte und das ist nicht nur eine befreundete Familie, sondern das ist wie meine Familie. Also die gehören mit dazu. Von denen habe ich das Buch zur Firmung gekriegt. Also das ist dann doch schon eine Weile her. Dann habe ich hier noch von Haber Kerkeling, ich bin dann mal weg, meine Reise auf dem Jakobsweg. Vermutlich ist das niemandem eine neue Geschichte, ein neues Buch. Durchaus bekannt, dass er das gemacht hat, dass er dieses Buch auch geschrieben hat. Er ist ja eben auch auf dem Jakobsweg gelaufen. Ich gucke mal eben kurz nach. Oh ja, 2006. Gut, das ist ja dann doch schon länger her, als ich dachte. Dieses Buch ist aus dem Bestand meiner Eltern, quasi Privatbibliothek, aus der ich es entliehen habe. Ich hoffe, dass ich es entweder bald an- oder auch durchlesen werde. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es auch ganz durchlesen will, weil ich nicht weiß, wie es geschrieben ist. Oder ob ich es mir nicht vielleicht sogar auch anhöre. Wenn mich nicht alles täuscht hat, habe Kerkeling das Ganze auch selbst gesprochen. Vielleicht ist das dann mehr Unterhaltung für mich. Auf jeden Fall werde ich mal reinschauen und es mal anlesen. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Aus irgendeinem Grund hat es mich gereizt und ich habe es jetzt eben mitgenommen. Das steht ja dann auch schon eben länger bei meinen Eltern. Dieses Buch hier hatte ich in Erinnerung, darf ich erst lesen, wenn ich älter bin? War so die Aussage meiner Mutter. Ich wusste nie genau, wie alt ich dafür sein muss. Von Pascal Mercier. Nachzug nach Lissabon. Angeblich haben wir auch eine Ausgabe, die nicht mit dem Filmcover ist. Ist auch sehr ungewöhnlich, dass wir diese Ausgabe besitzen, aber ja gut. Hinten drauf steht, mitten im Unterricht verlässt der Lehrer Raimund Gregorius seine Klasse und macht sich auf den Weg nach Lissabon, um der Spur eines geheimnisvollen portugiesischen Autors zu folgen. Auf seiner wundervollen Reise dringt er immer tiefer in dessen sagenumwobene Geschichte ein. Doch was Gregorius erkennt, könnte ihm vielleicht das Leben kosten. Meine Mutter hat gemeint, das ist ein super tolles Buch, das musst du irgendwann lesen. Aber wie gesagt, ich hatte immer noch die Aussage von ihr im Kopf, wenn du älter bist. Vielleicht bin ich jetzt älter, vermutlich. Aber was auf jeden Fall zutrifft ist, dass ich sie nochmal gefragt habe und dann meinte sie so, nee, lies es, nimm es mit und lies es. Deswegen habe ich sie mitgenommen. Und ein Werk, das ich großartig finden werde, bin ich jetzt schon davon überzeugt, von Stephen King. Natürlich nicht. Von Stephen Hawking, Das Universum in der Nussschale. Ich wusste nicht, dass wir dieses Exemplar besitzen. Diese Ausgabe vor allem. Das ist eine wahnsinnig toll gemachte, illustrierte, großformatige Ausgabe. Ich finde das herrlich. Nicht, weil ich jetzt Bilderbücher so gern mag, aber ich glaube, es ist echt toll dargestellt. Und ich freue mich da riesig drauf, wenn da alles Mögliche drin erklärt ist, weil das ist wieder so wissend, dass ich aufsaugen möchte. Und ich war jetzt nicht so die Vorzeigeschülerin in Physik und habe da garantiert auch nicht so toll aufgepasst. Aber grundsätzlich interessieren mich ganz viele Dinge daraus. Ich hatte nur immer den Eindruck, das hat man mir nicht ordentlich vermittelt. Und natürlich schiebe ich damit die Schuld auf alle anderen. Jetzt habe ich zumindest Interesse und werde dieses Buch hier garantiert verschlingen. Wenn ich es denn dann mal zur Hand nehme. Ich hoffe ganz bald. Mich hat jemand anders draufgebracht, dass es doch eigentlich ganz cool ist, solche Sachen sich immer mal wieder anzugucken und was Neues zu lernen. Und ja, da habe ich direkt Lust drauf gekriegt, dieses Buch stehen gesehen und gedacht, das gibt es nicht. Ich muss es mitnehmen und lesen. Das waren die neuen Bücher. Die geliehenen Bücher und das, das ich eigentlich als Kind schon gekriegt habe, das sind Bücher, die sind, glaube ich, erst Anfang Mai mit zu mir mitgekommen. Ich habe sie jetzt trotzdem mal in dieses Video reingepackt, weil dann sind sie alle mal beisammen. Und ich vergesse keins, das ist der größere Punkt dran. Und eigentlich kommt ja dann auch noch ein Video zu den neuen Büchern aus dem Mai. Und ich, ja, kann nur sagen, seid gespannt. Es wird toll. Ich sage einfach mal, es wird toll. Punkt. Und ich hoffe, es gefällt euch, denn da ist ja nicht nur ein Video über neue Bücher im Mai, sondern auch so ein bisschen Feiern vom fünfjährigen Kanalgeburtstag von diesem Kanal. Und ich kann es nicht fassen, dass es tatsächlich fünf Jahre sind. Und ich werde irgendwie noch mit klarkommen, hoffe ich. Und dann, ja, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Ich würde mich sehr freuen. Wie gesagt, seid gespannt und schaltet auf jeden Fall ein beim Video zum Kanalgeburtstag. Denn, ja, vielleicht erwartet euch da was ganz Besonderes. Wer weiß, sowas schon. Bestimmt. Genau. Also, macht's gut. Lest schöne Bücher. Bis ganz bald. Eure Anja. Tschüss. 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 Vielen Dank.